Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2023, dass all eure Wünsche auch dieses Jahr in Erfüllung gehen. Und natürlich bekommt ihr dieses Jahr selbstverständlich auch wie schon das letzte Jahr jeden Tag ein Video von mir. Und zwar geht es hier hauptsächlich um Technik auf diesem Kanal. Deswegen, wenn ihr immer up to date sein wollt, was Technik und selbstverständlich auch Smart Home angeht, dann schaut gerne auf diesem Kanal wieder dabei, lasst ein Abo da und dementsprechend natürlich würde ich mich freuen, wenn wir uns hier jedes Video sehen. In diesem Video geht es um den Smart Home Deal des Tages, der erste Deal 2023 und das ist wirklich ein vernünftiger in der heutigen Zeit. Es geht um das smarte Heizkörperset von Mero. Eines der besten Systeme, wenn es um Smart Heating geht und gerade auch Heizkosten sparen und so weiter, ist ja auch dieses Jahr noch ein großes Thema. Deswegen, wenn ihr das Ding haben wollt, schlagt hier zu. Das Starter Set kostet standardmäßig über 74 Euro. Jetzt bekommt ihr es für 63. Link ist natürlich einmal für euch unter diesem Video in der Infobox. Und wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam an, was ihr mit dem Smart Heating Set von Mero's alles anstellen könnt. Das Heizset von Mero's ist, wie gesagt, das Starter-Kit. Ihr bekommt hier einen Heizkörper-Thermostat plus den Mero's Mittler Hub. Den könnt ihr euch so vorstellen wie ein Signalverstärker. Der muss nicht am Router sein, der kann irgendwo in der Mitte der Wohnfläche platziert werden und dient sozusagen als Netzwerk Hub, damit unterschiedliche Heizkörper-Thermostate sich miteinander abstimmen können. Sehr, sehr interessantes System und mit eines der günstigsten, gleichzeitig aber auch der besten auf dem Markt. Denn wenn wir bei den Konkurenten gucken, die ich auch gerne im Einsatz habe, wie beispielsweise Bosch Smart Home, Taro etc., liegen wir hier bei doppelten Preisen. Mero's designtechnisch immer up-to-date. Ich habe hier leider noch die alte Variante. Und ärgere mich so ein bisschen, ich überlege auch abzugraden, aber ich sage euch ganz ehrlich, technisch sind die gleich. Nur optisch sieht die neue Variante noch ein bisschen schicker aus. Kann wirklich einiges und liefert euch sehr, sehr gut. Natürlich übertragen die Wärmedaten etc. Das heißt, ihr habt hier ein komplettes Monitoring und könnt auf der anderen Seite von überall in der Welt eure Heizkörper steuern, programmieren etc. Sehr, sehr gutes System, vor allen Dingen aber auch die Verarbeitung gefällt mir insbesondere extrem gut. Das hat Mero's wirklich klasse gemacht, gut ablesbare Displays. Die Heizkörperthermostate lassen sich hervorragend in die App einprogrammieren und hier selbstverständlich auch durch die Sprachsteuerung ergänzen. Das heißt, wenn ihr das Ganze über euren Amazon Echo sprachsteuern wollt, ihr möchtet beispielsweise über den Touchscreen dementsprechend Temperaturen einstellen usw., dann geht das ebenfalls selbstverständlich auch mit diesen Heizkörperthermostaten. Sehr, sehr schön, muss man insgesamt sagen und selbstverständlich super praktikabel mit unterschiedlichen Adaptern wirklich für fast jeden Heizkörper geeignet. Deswegen, wenn ihr die Dinger haben wollt, dann schlagt hier zu, es lohnt sich. Der Link ist einmal für euch unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Ihr möchtet mehr über die Heizkörperthermostate von Mero's erfahren, und guckt euch gerne die große Review auf meinem Kanal zu diesen Heizkörperthermostaten an. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein erfolgreiches Jahr 2023 und hoffe, dass wir uns hier fast täglich wiedersehen. Bis dahin danke ich euch. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.